Wann war das? Vor 10 Stunden. 80.000 Toten. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitzel seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleiche in New York passiert. Wer glauben Sie hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben die mal zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie, erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Miller, weg mit dem Dino, wir müssen los. Miller, lass den Scheiß. Das ist der erste Panzer, aus dem ersten Panzerbataillen. Das ist der erste Panzerbataillen. Verschattenführung, Entwil. Rückfurt zur Demarkationslinie und verrichten, aus. Verschattenführung, Entwil. Das scheint beziehungsweise richtig krass zu werden. Das ist der erste Panzerbataillen. Das ist der erste Panzerbataillen. Ich kann losgehen. Mein Ziel ist schon total unruhig. Okay. Okay, Haftverleitschaftsgrad 1, SR 3 1 2 3 3, irgendwelche sich kontakt hören, bitte melden aus. Negativ, noch nichts. Okay, alle zuhören. Sie sehen, wo es feiert ist. Also ist hier gerade jemanden. Das ist dann nicht wie euer Haus. Ich identifiziere mehrere Panzer. Komm schnell näher. Feuer! Ausfliegel abfeuern! Roter Weg! Alle Envil Panzer going to fight the force. Scatter the scene at the museum. Das wird ausgebildet. Geh, Alter. Ich werde still über den Fluchwurst von denen. 3-3 ist getrunken! Aber noch optionsfähig! Bums! Gut getrunken! Zeig mich weiter! Bums! Sie ist zerstört! Mann, tschüss, ich bin schweiz. Hara, bring uns hier raus! Los! Goodbye! Sie sind die identifizieren letzten Panzer! Feuer! Bats! Tschüss, meine Freunde. Alle Envil Stationen. Feind der Panzer in dringend zerstören. Die Identifizieren Panzer für euch! Angreifen und zerstören! Angreifen und zerstören! Ja, wenn ich sie machen würde. Entwil Teil 1. Wir sehen über den Thermobild feindliche E-Signat. Streitschuss! Streitschuss! Und hier sieht einer aus! Binder, wechsel zur Thermalsicht! Nach links! Sie haben uns am Arsch! Bats! Bats! Ja, erledigen die Banzane! Zeig sie ihnen! Hier laufen nicht, meine Freunde! Schuss! Bei T-72er angegriffen und zerstört! Gut gemacht, 3-4! Envil 6-6, hier Envil 3-1! Alle feindlichen Panzer zerstört! Setzen Mission 4! Habe verstanden, 3-1! Weiter zum nächsten Kontrollen! Und ab geht der Fisch! 1-3-3! Weiter! Okay, da vorne geht gerade die Post ab. Und jetzt? Feindliches Feuer! Alle Envil Station! Halt! 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 Sieh die Information! Ich wiederhole! Sieh die Information! Wartet auf weitere Befehle! Alle Envil einhalten! Hier ist Super 1-1! Kreisen jetzt! Die Aufmerksübertragung! Was ist probiert? Ah! Envil 3-1, die Raketenbatterie ist euer Primärziel! Luftnahunterstützung auf Station! Verstanden, Führung, Envil! Halten uns bereit für Bombardierung! Was für ein beschissener Bienenstock! Okay, Miller! Markiere das Ziel! Envil 3-1, wir markieren eure Stelle! Luftnahunterstützung ist in 5 Sekunden da! 5-4-3-2-1! Achtung! Los geht's! Tschüss! Super 1-1! Bulldog 3-3! Einsatz abgeschlossen! Minimale Schäden an feindlicher Position! Wir ziehen jetzt ab! Over! Verstanden, 3-1! Werde Ultra 3-4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen! Führung Envil muss sich eventuell darum kümmern! Und die BDM-Stellung angreifen! Out! Wir machen die halt verfärbt, das ist schon laus! Alle Inselsfahrzeuge setzen den Anschluss vor! 1, 2, 2, 1, los! Fahrer, mit Vollgas aufdrücken! Ja, da geht's! Wir schicken's! 9, 2, 1, los! 3 bis 2! 4 bis 2! nit! Wäsche uns! fascinating! Wäsche uns! Feuer! Vor der BDM! Identifiziere Widerlöse Kistwerfer. Identifiziere Einheiten. Wir sind in der Kanzlerin. Verstanden. Alle Kennungszeiten angriffen der Flager vor. Da, nachseite! Torben! 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 Abgehen! Was ist das? Okay. Okay, das ist ein Verbündeteil, ich dachte, hier kann es mir hingehen. Okay, Melara, geht Batterien zwar raus, schalte die Batterien aus! Oh, was? Die ist erfüllt! Rekundärgrad! Oh verdammte Scheiße! Batterieter, GT-1 mit 4, yes. Airbus 6, Airbus 3, 4! Anfeind die Schlager angeboten und zerführen! Setz die Mission vor, over! Verstanden! Geh zur Schnellstraße und setzt die Mission vor, over! Roger! Bring uns aufwärts! Auf das Feld von außen, nach Siemanns Reiffliegel! upkは超 easily steckten Aufwärtsaar fo高 football Employment committee Make the scientific facade Consider that guys Check this one Check this one E00 Check this one Check this one кий Check this one Check it from Check that Check this one Steam Keine Kröpfchen bilden! Passt auf Abstände auf! Hier bitte sie auf Fahrzeuge, direkt vorauf! Schießen! Reitspiegel! Stehen unter Wollschuss! Der Feind fällt zurück! 3-3, pass auf! Die Brunnen uns kögeln! Mach diese Arschlöcher jetzt endlich kalt! Da bin ich echt blöd. 3-3 ist getroffen! Aber noch funktionsfähig! Jetzt stüßen wir mal eben da hin und knallen mal ein bisschen Tank ab. Vor dem Ende noch auf dem Senkel. Streit! Heilscheiße! Schießen! Reitspiegel! Pass auf die Flanke auf! Okay, ich merke schon, ich bin scheiße. 3-3! Bleibt Information! Identifiziere Fahrzeuge, direkt voraus! Ich identifiziere hier gerade gar nichts. Verstanden? Roger! Die Aktivierung verbindet! Ja! Ja, bei mir war das, nicht so was! Heya! Ich habe den Führer 70 abgeführt. Scheiße! Die Kanzer, die Kanzer, die Kanzer, die Kanzer! Die Kanzer, die Kanzer, die Kanzer, die Kanzer! Geht's weiter! Ach, Scheiß! Wechsel zu Turmantier und greift die Infanträger! Feuer und Korstress! Eintracht in Bewegung! Feuer und Korstress! 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 3-3, verstanden! M6634, haben feindliche Fahrzeuge und Infanterie angegriffen und zerstört! Over! Verstanden! Schwingt nach Westen und dann zur Schnellstraße! Begebt melden, wenn ihr den Kontrollpunkt erreicht habt! Auto! Bleibt Wasser! Heilige Scheiße! Kannst ihr euch noch nicht mehr in der Raum stellen? So gehört sich der Spaß! Einfach mal beim Tank alles kaputt machen, was einem in die Quere kommt! Das macht von jedem Kind Spaß! Die Arzt-Bastare hat keine Chance! Das wird hier als ich machen! M6634 ist jetzt am Kontrollpunkt Rollbahn! Verstanden! Transmission voraus! Ok! Konfrontiert halt! Zieh dann die Bescheid an! Auch plötzlich, wenn ich so gewünscht darf! Das ist doch geldig! Weil wer es nicht soll! M66331 sind bei Kontrollpunkt 4 aufgefahren! Verstanden! Oh oh! Das sieht nicht so rosig aus! Was soll ich so jetzt eigentlich wieder arbeiten? Was soll denn noch der Kerl da? Sieht aus als wäre das Deckertil mit rum! Die Transporter! Die Transporter! Die Linie! Könnte jemand dem Herr sagen, dass wir Krieg haben? So! Kannst du die jetzt Daten erziehen oder was? Aufgebeten! Scheiß PLA hat uns aufgelauert und uns zusammengeschossen bevor wir fertig waren! Irgendeiner muss an den Scheißzünder und ihn auslösen! Kein Problem! Jemand muss da rüber! Aber ich bin das ganz bestimmt nicht! Verstanden! Wir gehen vor Panzerausdeckung! Los! Verheilung! Ok! Dann mal los! Im Teckum! Im Teckum! Nimm dir den Zündermüller! Da liegt! Dann komm wieder her! Schnell! Der Bastard! So! Geh schuf vor! Komm schon! Drück den Zünder! Und tschüss! Die Schockwelle bringt mich zum Kotzen! Gute Arbeit! Komm dir rein! Du sollst den Säubern im Tut einstreichen! Du hast Schittes deinen Job gemacht! Zurück in den Panzermann! Wir brauchen dich an der 50! Ah! Ich bin halt im Panzer! Auf jeden Fall machen wir ihn ja Aua! So! Wir sind halt erstmal tot! Hört den nächsten! Anvil 34! Rückt auf der Hauptstraße weiter vor! Zerstört alle gegnerischen Kräfte! Meldet euch wenn ihr außerhalb der Strasse habt! Auf! Dann hau rein! Drück aufs Gaspital! Ok Männer! Vorrücken! Wernet wir beschassen! Wernet wir beschlossen! Schärfe in den земelBassentrums! St Aoolt sehen sie aus! Wernet wir Eich Salter! Wernet wir ab jetzt! Fröhnenguelen, wir sind auf jeden Falle.. Wir sind so wenige Kilometer am Team! Wir werden das nicht reinquartieren lassen. Er flucht ja! Booms! Kannst es, kannst es auf die Hand! Auf die Panzerflüchte kommt es zurück! Feinige Scheiße! Panzerfahrt vor mir erledigt! Pass auf die Platz! Feuer, Feuer! Identifiziere Fahrzeug! Panzer, alles anstellen! Schuss! Das war es dann wohl mit dem Panzer! Dich mähe ich auch mal! Wir werden! Wir werden, Tugget ab! Verwünscht! Verwünscht er getroffen! Verwünscht er getroffen! Sehr schwer! Verstanden, MF-3, reitet unter der Überführung an. Alle Einheiten, hier ist MF-66, sofort anhalten und auf weitere Bequete warten. Achtung auf BW, AID-Z-Miller. Schiffen, identifizieren sich sehr mit Wackel-Polz. Angriff, Angriff. Aus commissioner, AID-Z-Miller. Schuss. Schuss. Ich probiere welche. Ich probiere es mal nicht. Ich probiere es mal. Schuss. Schuss. Okay, beim Panzerfreaster. Okay, ziehen wir durch. Feuer einstellen, Feuer einstellen. Okay, Fehler. Vorrücken. Ja, dann fahr. Ampel 664, Ampel 34. Wies und Einheiten angegriffen und zerstören. Alle Ampel Einheiten wartet auf Befehle wegen Neuorientierung der Mission. Ja. 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 Ja.